Kommt denn nun der Handelskrieg zwischen den USA und Europa? Die Zeit dafür läuft ab. Naost-Initiative. Der neue amerikanische Außenminister Pompeo ist in Jordanien unterwegs und möchte eine Initiative für Naost umsetzen. Und wir beschäftigen uns mit dem Konflikt zwischen Israel und Iran und erwarten eine Rede des israelischen Premiers Netanyahu. Das alles um 23 Uhr hier bei Phoenix. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal.